Granti Pidasana, eine Stellung für maximale Flexibilität in Knien, Fußgelenken, Hüften und Ellbogen. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockhaltung, wo die Fersen auseinander sind und die Knie weit auseinander gehen. Dann fasse mit den Händen unter das Kinn und gib dann die Ellbogen auf den Boden. Und dann versuche, das Gesäß wieder auf die Fersen zu bekommen. Dieses Granti Pidasana. Boris Sacharow nennt diese Stellung als eine Schlüsselstellung, weil sie die Flexibilität eben in diesen verschiedenen Gelenken maximal entwickelt. Es ist auch eine gute Übung für die Massage der Bauchorgane, gerade für die tiefen Bauchorgane, auch für eine gute Verdauung. Dranti Pidasana kann man üben zu Anfang seiner Yoga-Praxis. Sie erlaubt auch, länger und ruhiger zu sitzen und im Pranayama weniger Probleme mit der Sitzhaltung zu bekommen. Granti Pidasana kommt übrigens vom Sanskrit Pida. Pida heißt Pressen und Drücken und Granti heißt Knoten. Hier werden also bestimmte Knoten gedrückt. Mehr Informationen zu diesem und anderen Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga Vidya App.